Nirgendwo in Österreich leben so viele Menschen ohne Stimmrecht wie in Wien. Wegen des hohen Ausländeranteils darf eine halbe Million Einwohner bei der Gemeinderatswahl im Oktober nicht wählen. Eine Datenauswertung von APA und OGM auf Ebene der Stadtviertel zeigt nun aber auch für sogenannte Ausländerbezirke eine erstaunlich hohe Bandbreite. So ist in den gürtelnahen Grätzeln des 10. Bezirks jeder zweite von der Wahl ausgeschlossen, weiter statt auswärts nicht einmal jeder fünfte. Ausländer sind in Österreich generell nicht wahlberechtigt. Zwar dürfen EU-Bürger die Wiener Bezirksvertretung wählen, nicht aber den politisch deutlich wichtigeren Gemeinderats. Hier haben drei von zehn Wienerinnen und Wienern kein Stimmrecht wie von APA und OGM ausgewertete Bevölkerungszahlen der Wiener Landesstatistik zeigen. Bei der Bezirksvertretungswahl sind es 17%.